Hallo und Willkommen zu einer Adventure Map. Heute nehme ich auf Hagridi und wen haben wir denn hier? Marcel bzw. Akiyama oder in diesem Fall leider Gottes wegen Namensklau Akiyama. Ich habe jetzt nur keine Ahnung wie die Map heißt, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube das ist, wie heißt sie, Mist ich komme nicht drauf, 142421, 241 oder? Ja, irgendwie eins für eins oder so. Warte mal, warte, ich glaube, wie steht es da drin? Ich habe keine Ahnung. Ja, äh, warte, nein, hier. Nein. Okay, wir hatten auch unseren Troll-Admin. Okay, welcome to the map, 241. There are no rules, but if you don't want to cheat, just don't use commands or cheating mods. Except if you want to go to the cheater rooms. The difficulty hard is the most fun. Don't worry, monsters won't spawn. Thank you, game rules. Yay. Oh, das sind 6-7. Moment. Es ist auch besser, wenn wir auf Hard keine Monster spawnen haben. Ist ja so ein bisschen Logik-Rätsel-Adventure-Map. Yep. This map has 2 Texture Packs. Oh ja, you can also use your own. Ja gut, das haben wir alles, wir haben ein Texture Pack hier. If command blocks don't work, they probably do, else you wouldn't be here. Hit the server properties button. Ja, unheimlich. Also, if you like this map, please vote and comment on the forum. If you find any bug, missing block, door, want to open it, would be nice if you report it on the forum. Thanks. Jaja, okay. Okay. Ähm. Alle 6 Seiten durch? Ja, ich hab sie geskippt. Das war ein bisschen unnötig teilweise. Achso, okay. Ähm, hast du noch was an Hungerbalken, noch nicht übrig oder so? Ähm, ich hab alles voll. Okay, weil wir haben halt gerade, äh, längere Zeit gebraucht für die Einstellungen und deswegen haben wir jetzt Cake. Es könnte nämlich sein, dass ihr ein paar Pixel irgendwo fehlen. Könnt ihr die vielleicht finden? Aber ich glaub, ne. Ich könnt's richtig reindern. Du kannst das Schild auch lesen, oder? Why aren't you using my Texture Pack? Bin ich doch. Ich versteh nicht, ich versteh nicht, was er damit meint, weil ich mein, wir tun's doch. Ich mein, das Schild hat's mir nicht gebildet. Ich glaube, er denkt, der hat das Gitter so gemacht, dass es wie, keine Ahnung, eine ganze Platte ist. Ja, ich glaub auch. Das hat aber irgendwie doch nicht. Was macht denn die Knöpfe? Äh, das sind die Knöpfe. No play. Woah. Das hätten wir nicht gleichzeitig machen sollen. Meinst du? Warte, ich will... Wer hat von uns als erstes gedrückt? Ich will Portal. Ich glaub du. Mach das aus. Nee. Portal ist so geil. Hört das mal auf? Woah, das ist zusammen. Ich glaub, das hört nicht mehr auf. Woah, das ist so scheiße. So ein schönes Lied. Ja. So das Support-League geht, glaub ich, zweieinhalb Minuten, oder? Ja, aber Keyboard-Kette ist irgendwie nicht eigentlich auf. Woah, puh. Das gibt's doch nicht. Aber das bauen so viele in die Map. Ich glaub, das gibt schon irgendwo eine Map, wie man sich runterladen kann. Weil das ist eine richtig, richtig fette Redstone-Leitung. Das hab ich schon mal gesehen. Ich glaub, die kann man sich irgendwo kopieren, ganz easy. Mit MC Edit. Nicht abwarten. Oder warten wir so lange, bis du's rausschneidest? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich glaub, wir machen kurz eine Unterbrechung. Ich mein, Portal Still Alive, hallo. Wir sehen uns gleich. Ja. Äh, okay, wir sind wieder da. Ähm, jetzt läuft gerade nur Portal Still Alive. Aber hört euch das mal an. Das ist, ne, das ist nicht richtig. Eigentlich nicht. So sollte das nicht klingen. Das klingt scheiße. Das ist schlecht kopiert. Okay, also ich nur den rechten Gang. Weg hier. Okay. Bloß weg hier. Äh... Ich hab grad nen Hebel aktiviert. Okay. Oh. Äh. Nein, Cake is a lie. Das kann gar nicht sein. Oh. Kann man den nicht zerstören? Ne, wir können nix zerstören. Äh. Ne, ne. Rauch, rauch. Oh Gott. Ah, okay. Ich sollte das so machen. Ja, wir sind auf einer Logik Denkmap. Ich glaub, das scheitert schon. Ja. Äh. Sorry, sleeping bug. But you won't die. Okay. Ah, okay. Hilfe. Okay. Cheater room? Cheater room? Okay, was haben wir da? Welcome Test Subject 1 & 2. Please stand on the pressure plates and don't... Bist du 1 oder 2? Ich bin natürlich die Nummer 1. Okay. And don't look into the Cheater's room. Let's start easy. Just try to jump to the other side. Ähm. Okay, dann bin ich 2. Ich bin irgendwo... Also hier. Ja, okay. Ist auch das Sleepy-Watt. Warte mal. Nehm ich das hier. Ähm. 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 Okay. Hä? Okay, das ist ja noch normal. Okay. Äh. Ich kann nicht springen. Warte mal. So. Oh, das war Fail. Ich hab gesagt, ich kann nicht springen. Moment. Das fängt ja sehr gut an. Ich kann nicht springen. Ja. Mach mir nicht schlecht, wo man springen muss. Ich kann das nicht. Äh. Ach warte, ich muss noch eine Warte halten, ne? So. Verkack das bitte. Oh nein. Das wird lange, lange, lange. So. So. Wir sollten aus der Map vielleicht... Oh, bin ich jetzt vollkommen inkompetent. Ich kann nicht Doppel-W springen. Äh. Zurücken. Am springen. Oh Gott. Musik? Nee. Ich kann aber so. Ich kann so. Aber ich glaube, es gibt Probleme, wenn wir später nichts zu essen haben. Ich weiß nicht, wie der Map-Ersteller sich so hart vorgestellt hat. Ich weiß nicht, wie der Map-Ersteller sich so hart vorgestellt hat. Ich weiß... Oh man, wenn wir schon bei sowas scheitern. Oh, ich kann nicht laufen. Ich hab noch nie ne Jump... Hallo? Ich hab irgendein Problem mit Doppel B. Ich hab noch nie ne Jump mit Venture Web gemacht. So. Ich mach das nicht absichtlich, Leute. Ich bin so blöd. Ich hoffe es. Ich dachte man muss hier nur Rätsel lösen, aber nein, jetzt muss man springen. Oh man. Ich bin grad geneigt zu cutten, aber... Wenn wir das jetzt 10 Minuten geschafft haben, kannst du das in 10 Minuten schild... Ich könnte den Speed Mode machen. Ich könnte es beschleun... auch wenn ich keine Ahnung hab, wie das geht, aber... Ich könnte es beschleunigen. Komm, lass kriegen wir eben hin. Oh, 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 oh. Yes. Oh bitte, und diesmal bleibt drauf stehen. Komm. Oh ja. Ah. Didn't you miss the second Cake Room? Oh. Weil hier ein zweiter Cake Room... Nein, ich gehe jetzt nicht noch mal suchen. Bestimmt ist irgendwo ein Wassergang oder so. Ähm. Ja, ich nehme an, hier ne. Ich hab grad... Ja, hier ist der zweite Cake Room. Oder? Ich hab gerade ein... Opening Cake Room. Ich hab ihn. Echt? Er war genau da, wo ich drauf stand. Ähm, äh... Ja, Anfang. Äh, ich komm nicht hoch. Hi. Hi. Hey, hey. Nicht ertrinken. So, okay. Also weiter. Äh, ja. Du musst mich noch dabei... Boah, bist du ein Depp. Oh. Nummer zwei. Aber was wir unbedingt jetzt mal machen werden... Das war kurz, äh... Ich muss mal kurz... Das ist zwar ein bisschen doof. Cheaten. Essen. Äh... Hab ich was? So, ja. Ich muss halt ein bisschen, äh... Essen. Weil sonst ist es halt echt ein bisschen doof. Ach, warte. Nee, warte mal. Schau mal. Ich weiß, wie das gemeint ist. Wie's gedacht ist. Ach so. Oh mein Gott. Außerdem der Cake Room grad eben. Den hätten wir auch benutzen können. Wenn wir grad ein... Äh. Äh. Dafür sind die da. Ah. Jaaa. Okay. Du musst das split up. Let's see, how smart you are. There is just one way to complete this. Because you can't stand on free pressure plates at the same time. Was? Warte, wir können bitte was? Wir können nicht auf drei drücken. Ja, ach so. Ach. Wirklich? Was? Ach so. Ich vergesse immer, dass das... Das funktioniert anders. Auf welcher ist... Warte mal. Also der war da... Der ist hinter dir. Der ist auf dir. Bei dir. Ich glaub ich geh auf eine andere. Weil ich kann hier nichts machen. Okay. Soll... Hä? Was soll ich jetzt machen? Kann ich zu dir? Ich würd sagen, du musst irgendwie versuchen, etwas irgendwo rein zu packen. Es sieht so aus, als wir drei gleichzeitig machen könnten, oder? Oh. Nee. Wir sind für den... Mh... Ich hab am Anfang eine Pressure Plate. Aber was hab ich denn sonst? Hä? Warte, ich guck mal. Nichts Neues, oder? Mach mal die letzte. Warte mal. Mit welcher hast du gerade das neben dir aufgemacht? Das... Das da. Warum ist das hier oben? Hä? Haben hier irgendwo Pressure Plate? Bin ich blind? Keine Ahnung, was passiert, wenn ich auf die hier geh? Wo ist hier... Ein Raum... Da... Oh! Eine Kiste! Paper! Oh Gott! Wo kann ich's durchwerfen? Ich nehm mal eine Dispenser, oder? Unter dir? Ist das Dispenser? Ähm... Ah, hier! Das hier wohl noch? Ja, okay. Aktiviert den Knopf da, glaub ich. Ne, der Knopf. Aber hier. Rechts. Also, ja. Ach, da hinten. Gott, hab ich gleich reingekommen. Ah, so. Zwei, ja, okay. Okay, das heißt, äh... Hast du zwei Paper? Okay. Und da. Du hast einen Zeit, dass... Du hast einen Zeit bekommen. Da ist noch eins drin. Drück noch mal. Echt? Ne, drück noch mal. Ich glaub, der kann immer nur eins ausspucken. Ah, okay, ich hab zwei Paper. Okay, das heißt, so. Das heißt, du musst das S hoch, glaub ich, oder? Ich bin schon rum. Das heißt, leg dir die jetzt... Oh, fuck. Na, komm. Ne! What? Ähm. Äh... Hallo? Hä? Ich glaub das nicht. Ach, ja. Ich weiß gar nicht, kennt man deinen Minecraft-Skin? Weil ansonsten kann man ein kleines Quiz machen. Weil ich wurde ja angeschnutzt, dass ich nicht weiß, wo... Oder dich erkannt hab, wo der ist. Könnt ihr ja mal raten, wo er ist, sein Skin? Oder... Wie soll er darstellen? Ich wurde angeschnutzt. Ja, das kriegen bestimmt einige hin. Ja, okay. Ich wurde angeschnutzt dafür, dass ich's nicht wusste. Ja, weil du gesagt hast, was... Was hast du nochmal gesagt? Äh... Ehrlich sagen? Achso, Indiana Jones. Äh, genau, Indiana Jones. Also, so ein bisschen Fake halt mit Schwert, keine Ahnung. Äh, hier ist ein Knopf. Au. Opening cake room? Schon wieder. Welcher Seite? Ach, hier. Ach, hier schon wieder. Essen! Ist... Achso, ich hab voll. What? Is it true? Yes. Another cake room. Okay. Oh Gott, in caps lock. Ah, roll caps rage. Ja, schrei uns nicht so vor, äh. Was haben wir denn hier? Oh, warte mal. Hab ich eigentlich Musik an? Zonen? Weiß nicht. Doch, hab ich. Sie spielte halt einfach nicht. Äh... Warte mal, was? Cheaters room. Warte mal, warte. Was bringt der einen? Das ist ein TNT. Warte mal, warte. 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 Das ist ein TNT. Warte mal, warte. Warte mal, warte. Warte mal, warte. Ja, da? Aha, du Cheater. Mein Defenssystem ist zu gut für dich. Okay. Hm, ich bin vielleicht... Oh, also... Hm, ich bin vielleicht. Vielleicht sollte ich es machen. Das ist es schwierig? Lass uns den nächsten Mal versuchen. Okay. Jetzt werden wir uns auf die Probe stellen. Hm. Oh Gott. Okay. Warte mal, wenn ich draufgehe... ich kann aber glaube ich nicht losrennen also schon dauerhaft ich kann nicht dauerhaft rennen mich ist schon berührt ok ok warte nochmal 1 2 3 ich kann nicht rennen ich hab irgendwie... aus dem Grund hab ich noch nie ok 3 2 1 ach 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 ich hab nämlich Probleme mit dem chest-doppel-w-tritten er ist da zu spielen die hinsen im Haar mit kein Open-Distore warum so nicht ich würde sagen du musst dazwischen ja ach ne ne du willst mir jetzt nicht sagen komm ja ok warte 3 2 1 ich kann nicht rennen ich kann nicht rennen hey ich hab's ohne rennen gemacht wow was bitte diesmal konzentrier dich wer drückt für wen den Schalter oh Gott also man für sich selbst ok ja ich glaub schon wow das war jetzt krass das war buggy eigentlich wow ich drück mich immer selbst die Wohin weg hä ah da war Stein super es kommt einmal von oben echt jetzt echt jetzt ja beim nächsten glaub ich oder ok 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 beim nächsten ok ja 3 Blöcke die 3 Blöcke vor also 2 Blöcke vor dir und einer deine Kopfhöhe was was ist damit jetzt muss wie meinst du macht man das dann stehen bleiben ähm mir drucken geht nicht ähm drüber springen drüber springen drüber springen drüber springen ja